Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da liegt eine Maske. Ach, die hatten wir jetzt, glaube ich, schon mal. Zumindest geht er vor. Da, 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 Chris. Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Kann ich hier nicht noch weiter reingucken? Doch, so ein bisschen. Schade, weil darunter können wir nicht. Einen Schlüssel. Der wird wohl kaum hier unten... Warte, Chris, 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 der Geist! Was? Hast du's nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp? Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt. Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh und... Pass einfach nicht auf, da war was. Da war ein Geist und er sah aus wie Hannah. Was? So wie Hannah. Warte, 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 was? Oder Baby, babe. Scheiße, Ash, was? Was glaubst du, die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht, vielleicht... Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Okay, und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Was war das? Tschüss. Ich will erstmal gerne hier noch in den Schrank gucken. Schade, geht nicht. Hier hinten ist noch ein Räumchen. Äh, okay, da ist sie lang. Okay. Hier, mal gucken, wie so ein Bild einfach von der Wand fallen kann. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Na bitte. Oh mein Gott. Na, da, Chris. Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen hast. Oh, das ist, äh... Siehst du? Das ist, äh... Du siehst das, du? Ich weiß nicht. Ich, ich, ich... Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Es zeigt uns den Weg. Dann wollen wir jetzt mal gucken, was wir in diesem Puppenhaus finden. Für ein Szenario. Das ist unglaublich. Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. Mit was? Wow, 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 wow. Was ist denn hier los? Oh Gott. Sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau... Ich meine, genau da habe ich gesessen. Und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand. Oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand... Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Ben. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Das Tagebuch. Das ist Hannahs Tagebuch. Mom hat endlich Ja gesagt. Die Einladungen sind raus. Die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt. Noch nichts von Mike. Oh mein Gott. Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Juhu. Morgen steigt die Party. Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg. Das wird so super. Kamin, Feuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike. Ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist zu traurig, Chris. Ich muss aufhören, an ihn zu denken. Aber ich kann und will nicht. Was war das? Ich kam von dahin. Dann lass uns nachschauen gehen. Eine brüchige Wand. So, wer hat sich alles erschrocken? Bitte einmal in die Kommentare schreiben. Hey. Hey, sieh mal hier. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen. Was hat der hier verloren? Okay. Da. Da. Eine Glühbirne ist eingekreist. Ist eine starke Birne. Bestimmt ganz gut, dass wir die mitgenommen haben. Ich weiß aber noch nicht, wofür. Und da denkt man gruseliger Gäste. Shit. Damn. Geister, Psychopathen. Das Spiel hat alles, was es braucht, ne? Die Wand sah so kaputt aus. Nee, da ist nix. Und wo zur Hölle ist Sam. Oh, hier ist noch ein halbes Haus hinter. Wo in aller Welt sind wir hier? Was soll das Witz sein? Wo ist es du von dem hier? Das? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich... Ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert, der so... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Verständnis. Wenn du es wärst. Meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Hilfsbereit. Nicht mehr ganz so ehrlich. Nicht mehr ganz so witzig. Nicht mehr ganz so tapfer. Es geht weiter. In den Ruinen. Hey. Die hier. Sind die fake? Warum druckt jemand falsche Zeitungen? Das ist eine echt gute Frage. Das ist eine echt gute Frage. Was geht hier? Vorsicht, verdammt. Das Spiel macht mich fertig. Weißt du was? Nein. Ash. Nein, ich hab genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley. Ich verstehe dich, okay? Ich hab wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Jetzt ist er tapferer geworden, oder? Jawohl. Und die Beziehung zu Chris wird besser. Mit der Taschenabbe komme ich noch nicht so klar. Und ich watsche auf den nächsten Schocker. Aber wir müssen mit ihm sprechen. Chris, ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache hier. Was meinst du? Ich glaub, es gibt eine Verbindung zwischen den falschen Zeitungen und dem Kerl, den Killer von Josh. Wie denn? Wie ein Komplott oder sowas? Ja, aber ich meine, wie? Es ergibt fast einen Sinn, aber ich fürchte, dass wir irgendwas übersehen. Hm. Das ist natürlich auch ganz gut inszeniert. Wenn Josh tot ist, kann er sich mehr hier um die alle kümmern. Und ich glaube immer noch, Josh ist der Killer. Aber es ist ganz gut, dass wir ihn geopfert haben und nicht Ashley. Also haben wir Ashley auch gerettet? Was ist hier los? Hier unten hin. Batterien und Timer. Ach so. Hier kann man immer noch was zu lesen, ne? Ein Stapel einer Zeitungen mit einem Bericht über Blackwood Pines. Der Poststempel deutet aber darauf hin, dass sie vor kurzem gedruckt wurden. Nein. Nochmal rein. Eine Katalog für Spezialleuchtmittel. Die eingekreiste Gebörde gehört zu einem bestimmten Prototyp. Batterien, Schalter und Timer, die alle miteinander verkabelt sind. Jemand scheint damit Elektrogeräte per Fernsteuerung kontrolliert zu haben. Sieh mal hier, Chris. Sieht alles ganz schön kompliziert aus. Ja. Batterien, Timer. Da könnte sogar mit Geilernadisch werden. Okay. Was kommt als nächstes? Landen wir im Sanatorium. Hier wird es schon ein bisschen komischer. Von hier kommen die komischen Geräusche. Wir gehen erst da hinten hin, Chris. Ach, schade. Hier ist echt nichts. Hier was flennen. Was... Schluchzen. Seid bereit. Haken und Ketten. Blutige Haken und Ketten. Das sieht nach Schlachthauszubehör aus. Oh, Mann. Glaubst du, all dieses Zeug ist seins? Wenn die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefreund haben, dann ja, wahrscheinlich. Okay, ich habe da hinten noch was blinken sehen, aber ich schaue mich erst mal hier in dieser kleinen Küche um. Oh, nein. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, ekelhaft. Das ist nicht zum Essen da. Warum ist sowas hier? Weil das Blut gebraucht wurde. Das ist ja wie in einem Horrorfilm hier drin. Das Blut wurde gebraucht. Das Blut hängt gerade an Ashley, denke ich, gehe ich mal von aus. Ein Schweinekadaver, der vorher vor der Decke hängt. Er wurde vor kurzem ausgeweidet. Hat er vielleicht seinen Tod nur inszeniert? Hm. Schwierig, schwierig, schwierig. Das Spiel entwickelt sich in so Richtungen. Da denke ich echt. Was geht ab? Hier haben wir noch eine Hinweistafel. Ojei, 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 ojei. Da sind wir. Und Emily sind die Augen ausgekratzt. Was schreiben wir denn dazu? Fotos, die mit einem Teleobjektiv aufgenommen wurden. Der Psychopath hat eine lange Zeit auf der Lauer gelegen. Das frage ich mich auch, Chris. Das frage ich mich auch. Und ob es eine Todesliste ist und was hier überhaupt noch weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge bei Until Dawn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.